Hi, bei mir geht es heute mal so ein kleines Battle zwischen den Speedboostern, wie ihr schon im Titel lesen könnt. Ich habe hier einmal den Metabones Ultra Speedbooster und zum anderen den Viltrox Speedbooster. Der Viltrox Speedbooster kostet um die 150 bis 170 Euro, je nachdem wo man ihn kauft. Und der Metabones Speedbooster kostet zwischen 700 und 800 Euro, auch wieder je nachdem wo man ihn kauft. Und da habe ich mir gedacht, vergleiche ich die beiden einfach mal. Und das Ganze habe ich natürlich an der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K getestet. Also viel Spaß mit diesem Video, los geht's! Ja, wie kam ich auf die Idee für dieses Video? Es gab ja in letzter Zeit so ein paar Gerüchte, sage ich mal, dass es Probleme gab mit Vignettierung an der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Liegt einfach daran, dass die Kamera eben so einen etwas größeren Sensor als Micro Four Thirds hat. Und entsprechend gibt es halt bei den klassischen MFT-Objektiven eben so eine leichte Vignette. Das war jetzt wirklich bei fast allen Zoom-Objektiven und auch bei mehreren Festbrennweiten und das ist natürlich sehr schade. Beim Speedbooster XL gab es auf jeden Fall auch eine Vignette mit entsprechenden Zoom-Objektiven. Deshalb habe ich mich von Anfang an dazu entschieden, den Speedbooster Ultra zu nehmen. Nochmal ganz kurz, was sind Speedbooster? Speedbooster sind Objektivadapter und die sorgen dafür, dass sozusagen Objektive mit einem großen Bildkreis auf eine kleinere Sensorfläche sozusagen projiziert werden. Dadurch haben wir einen Lichtgewinn sozusagen und die Brennweite wird ein bisschen reduziert. Bei diesen beiden Speedboostern jetzt, also beim Ultra und bei dem Bildrocks M2-Adapter, ist dieser Reduktionsfaktor 0,71. Das haben also beide Speedbooster gemeinsam. Ich fange erstmal mit der Vignette an, weil ich das gerade schon angesprochen habe. Beide Speedbooster, das ist schon mal die gute Nachricht, haben an der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K keine Vignette, beziehungsweise nur eine ganz, ganz leichte, die aber auch natürlich vom Objektiv kommen kann. Ich habe jetzt das Sigma 1835 getestet bei allen Brennweiten. Ich habe das Canon 100mm Makro getestet. Ich habe das Canon 24-70mm von Canon getestet. Überall gab es eben so eine ganz, ganz leichte Vignette, aber jetzt nicht so ausgeprägt wie beim Speedbooster XL zum Beispiel. Das ist schon mal auf jeden Fall die positive Nachricht für beide Speedbooster. Kommen wir zur Schärfe und hier habe ich so ein paar Schärfetests gemacht, hauptsächlich mit dem Sigma 1835, weil ich finde nach wie vor, dass das einfach für Filmmaker so ziemlich das beste Objektiv ist. Und hier ist es so, dass der MetaVon Speedbooster offenblendig auf jeden Fall ganz klar die Nase vorn hat. Das sieht man auch ziemlich deutlich. Beim Wildrocks Speedbooster ist bei Blende 1.2, das ist halt eben die Blende, die man erreicht, wenn man mit dem Speedbooster und dem 1835 arbeitet. Es ist Bild eben extrem unscharf und sieht fast so ein bisschen aus, als würde man mit dem Tiffen Pro Mist Filter arbeiten. Also es ist wirklich ziemlich soft und sieht nicht schön aus. Man hat starke chromatische Aberrationen und so weiter. Deshalb würde ich den Speedbooster von Wildrocks auf keinen Fall empfehlen, offenblendig zu benutzen. Die Qualität beim Wildrocks wird dann aber ziemlich schnell besser. Also wenn man schon auf Blende 1.8 abblendet, wird die Qualität auf jeden Fall nutzbar. Und bei Blende 2.8 ist die Qualität hervorragend mit diesem Wildrocks Speedbooster. Es ist immer die Frage, ob man jetzt so einen Speedbooster, den man ja auch unter anderem nutzt, um Lichtstärke zu gewinnen, dann auf Blende 1.8 nutzt. Also dann hat man sozusagen nicht mehr diesen Lichtstärke-Vorteil und muss einfach jeder selbst entscheiden, ob das dann noch sinnvoll ist, diesen Speedbooster zu benutzen. Ich finde ihn jetzt bei Offenblende nicht komplett unbrauchbar, aber man sieht schon deutlich diesen Qualitätsverlust. Und für mich persönlich würde es jetzt nicht mehr in Frage kommen, diesen Speedbooster offenblendig zu benutzen. Leicht abgeblendet, wie gesagt, sind beide Speedbooster gleich auf. Manche Tests, zum Beispiel von ValueTech, sagen auch, dass der Wildrocks Speedbooster bei Blende 2.8 und aufwärts sogar schärfer ist, als der Metaboat Speedbooster, der es vierfache oder fünffache kostet. Das finde ich auf jeden Fall schon ziemlich krass. Ansonsten, was bei beiden Speedboostern ziemlich cool ist, ist, dass man die beide updaten kann. Die haben beide so eine USB-Schnittstelle und da kann man dann entsprechend Updates drauf spielen. Updates werden wahrscheinlich bei beiden noch nötig sein für die Blackmagic-Kamera. Beim Wildrocks Speedbooster zum Beispiel ist zweimal die Blendenfunktion einfach ausgefallen, während die Kamera vorher gut funktioniert hat. Und dann irgendwann konnte ich die Blende beim Wildrocks Speedbooster nicht mehr einstellen. Das ist mir eben zweimal passiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da noch Updates geben wird, entweder von der Kamera aus oder vom Speedbooster aus. Man weiß ja nie jetzt, was da genau oder wo der Schuldige da ist. Wird auf jeden Fall so ein Zusammenspiel bei diesen beiden sein. Ansonsten, was ich noch zum Wildrocks Speedbooster negativ sagen kann, ist, dass der sich ziemlich ungesund anhört, wenn man da ein Objektiv dran schraubt. Das klingt einfach so, als würde man da irgendwas kaputt machen, gerade am Objektiv. Bisher ist nichts kaputt gegangen, aber es klang, wie gesagt, nicht ganz so qualitativ. Und allgemein habe ich auch beim Metabon Speedbooster eher so das Gefühl, dass der hochwertiger verarbeitet ist und einfach von der ganzen Qualität her so ein bisschen solider ist. Ein Nachteil von beiden Speedboostern ist der, dass man die EFS-Objektive, zumindest einige EFS-Objektive, nicht nutzen kann. EFS-Objektive sind eben die APS-C Canon-Objektive. Und zwar ist es bei diesen Objektiven so, dass die so einen etwas kleineren Abstand zum Sensor beziehungsweise zum Spiegel haben. Damit passen die dann einfach nicht mehr auf diesen Adapter drauf. Das Sigma 18-35, was ja eigentlich auch ein APS-C-Objektiv ist, passt aber ohne Probleme drauf. Das Tokina 11-16 zum Beispiel, was ja auch ein APS-C-Objektiv ist, hat auch drauf gepasst. Ich glaube, das sind eher diese Canon EFS-Objektive, die teilweise nicht drauf passen. Das kann ich jetzt aber nicht für jedes Objektiv hier beantworten. Wie gesagt, bei meinem 10-18mm-Objektiv hat das leider nicht drauf gepasst. Komme ich jetzt mal zum Fazit. Also erstmal vorneweg, beide Speedbooster, sowohl der Wildrox als auch der Metabones Ultra, sind gut nutzbar an der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Wie gesagt, die Bildqualität offenblendig beim Wildrox fand ich jetzt nicht zufriedenstellend. Und deshalb käme der Speedbooster für mich jetzt persönlich nicht in Frage. Leicht abgeblendet wird die Qualität dann, wie gesagt, etwas besser. Das heißt, wenn du etwas abgeblendet sowieso immer filmst, bei Blende 1.8 oder Blende 2.8, kannst du auf jeden Fall auch den Wildrox Speedbooster nehmen und sparst damit eine Menge Geld. Bei mir ist es jetzt so, gerade wenn ich nachts mit dieser Kamera arbeiten möchte, dann nutze ich schon gerne offenblendig, also Blende 1.2 oder Blende 1.4. Und da hat halt eben der Metabones Speedbooster ganz klar die Nase vorn. Kostet halt auch eben entsprechend deutlich mehr Geld. Letztendlich muss das aber jeder selbst entscheiden. Das war es von mir zu diesem Video. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Und falls ihr noch Fragen zu diesen beiden Speedboostern habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.